Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Herr, danke für diesen Moment, danke für dein Wort und für die Zeit im Namen Joshua Maschia. Amen. So, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia. Wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Joshua. Die Wahrheit aus der Bibel. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Alleluia. So, ich möchte noch, also letztes Mal hatten wir über, wir hatten schon mal, also der Geist des Pharisäer gesehen und wir hatten also eine kurze Lehre über die Freiheit, wie unser Herr Joshua Maschia uns für die Freiheit berufen hat. Halleluia. Wir sind Kinder des Herrn. Er hat uns von der Sünde befreit, weil wir durch die Sünde wieder in einer Gefangenschaft waren. Und heute möchte ich von einer anderen Art, also von Gefangenschaft, wir hatten also von der Sünde Gefangenschaft, also von Menschen und so weiter erzählt. Aber ich sehe, dass viele Familien, viele Gemeinden von einem bestimmten Geist auch zerstört werden. Leute, die bestimmte Wörter, bestimmte Weissagungen, bestimmte falsche Lehre bekommen haben und wurden von dieser falschen Lehre, falschen Propheten, falschen Aposteln, falschen Gemeinden in eine gewisse Gefangenschaft genommen. Und das ist das Ziel, also das Ziel von vielen falschen Lehrern ist, dass die Leute unter ihrer Kontrolle bleiben, dass die Leute Joshua Maschia, Jesus Christus, nicht mehr richtig folgen können. Lieben, die Freiheit Menschen zu lieben, die Freiheit, das Wort des Herrn, wie das Wort es sagt, auszuüben. Die Menschen werden in eine gewisse Gefangenschaft. Und hier wir mit, in dieser Sendung, zurück zum Wort, diese Sendung, die Stunde der Wahrheit, wollen wir, dass die Kinder des Herrn, dass die Menschen, dass die Leute von dieser Wahrheit erfahren, Halleluja. Und wer die Wahrheit erfährt und diese Wahrheit einnimmt, der wird frei. Halleluja. Die Wahrheit wird diese Person befreien. Halleluja. Und deswegen, das Thema so heute, liebe Geschwister, ich sage, also bitte, nehmt es, verbreitet es, gebt es weiter, damit die Menschen auch befreit werden. Wir können nicht also diese Wahrheit also für uns behalten. Halleluja. Weiter und weiter und weiter geben. Also, wir wollen, ich möchte heute von einem bestimmten Geist wieder etwas aufdecken, was die Leute unter eine Gefangenschaft bringt. Weil die Bibel sagt, in 1. Korinther, nehmen wir die Bibel, ich nehme mal diese Bibelserver, nehmen wir, wir könnten, ja, Luther auch nehmen, kein Problem. Also in 1. Korinther, nee, 1. Timotheus, 1. Timotheus Kapitel, 1. Timotheus, 1. Timotheus Kapitel 4, Kapitel 4, Ab Vers 1, mach es ein bisschen größer, Vers 1 sagt, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuschelei, der Lügenden, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Also das heißt, es werden Menschen kommen, die diese Brandmal in ihrem Gewissen haben und, also das heißt, Menschen, die schon verloren sind, Menschen, die falsch, sehr schlecht, böse Absicht haben, die werden also mit verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen viele Leute verführen und diese Leute werden ihre, also die werden ihre Glauben verlieren. Joshua hat es sogar gesagt, also sagt das in seinem Wort, also wenn der Menschensohn, also kommen wird er noch, wenn er wieder auf die Erde kommen wird, wird er noch den Glauben finden? Werden die Menschen noch in der Glauben sein? Also das ist also, das war die Frage von Joshua Maschia, weil die Bibel sagt ganz klar in den letzten Zeiten, die Menschen, es werden falsche, viele falsche Lehrer, falsche Lehrer, falsche Propheten, die werden kommen und die Menschen verführen und das ist, wir erleben, wir sind in dieser Zeit, wo es also eine Erweckung, eine riesige Erweckung von falschen Propheten, falschen Kinder des Herrn, falschen Leute und die kommen und die sind, die bekleiden sich also wie die Kinder des Herrn, handeln wie die Kinder des Herrn und durch ihre falsche Lehre werden viele Menschen in die Irre führen. Lieber Geschwister, wir leben in der Zeit, wo wir richtig, richtig, richtig aufpassen müssen. Die Zeit mit dem Herrn verbringen, in seinem Wort, wahr, richtig wahr sein, das Wort in der ganzen Wahrheit suchen, die Beziehung mit dem Herrn suchen, dass wir sind in dieser Zeit, wo wir genau so leben müssten, wenn wir nicht so leben, wenn wir unser Herr vom ganzen Herzen, vom ganzen Seele, in der Wahrheit, mit all unserer Kraft, da so suchen, dann wird das so richtig hart sein. Wow. Die Gemeinde heute, erst mal, die Kirche, das ist nicht mal so ein Gebäude, die Gemeinde Joshua, Maschia, sind da so Menschen, die sich da so treffen, die glauben an ihn und wollen nach ihm, nach Joshua leben. Aber was erleben wir heute? Tausende, tausende Denominationen, tausende Namen, das ist die Kirche für Afrikaner, die Kirche für Europäer, die Kirche für Asiaten und so weiter. Aber, wenn Joshua Maschia seine Gemeinde holen wird, seine Gemeinde, die Gemeinde von Joshua Maschia ist nicht afrikanisch, die Gemeinde von Joshua Maschia ist nicht europäisch oder amerikanisch oder asiatisch. Nein, 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 das ist nicht die Gemeinde Joshua Maschia. In dieser asiatische oder amerikanische oder keine Ahnung, diese afrikanische Gemeinde, dort treffen sich nur Afrikaner. Wenn eine andere kommt, also dann, ja, wo bist du? Du fühlst dich also irgendwie verloren. Ich kann mich erinnern, ich wurde sogar von einer gewissen Kirchengemeinde ausgeschlossen, weil ich kein Mitglied war, weil ich keine, wie sagt man das, also ich war nicht Mitglied von dieser Gebetsversammlung. Die wollten, die wollten, die hatten also immer in der Früh gebetet. Ich dachte, ja, das sind Christen, das sind schöne Christen, ich bete, ich komme auch und bete. Einmal, zweimal und dann wurde mir gesagt, ja, sie dürfen nicht mehr kommen, sie dürfen nicht mehr, also hier mit uns beten, ja, weil sie, sie sind nicht also Mitglied von dieser Gemeinde. Ich musste mich also anmelden, ich musste also Mitglieder werden, also ein, ein, ein Ausweis haben. Liebe Geschwister, das ist nicht die Gemeinde Joshua, das ist nicht die Gemeinde Joshua, wenn man sowas sieht, dann siehst du sofort, die Gemeinde Joshua ist nicht hier. Du brauchst also einen Ausweis, du brauchst also eine gewisse Mitgliedschaft, um Joshua in dieser Gemeinde, in dieser Gebetsversammlung zu preisen. was ist das für ein Schwachsinn, totaler Schwachsinn und das ist also was wir heutzutage erleben, aber ich möchte von was anderes, von, von einem Geist, von einem bestimmten Geist, dieser Geist zerstört Leben, zerstört Familien, zerstört viele, viele, viele Gemeinde. Liebe Geschwister, gucken wir mal also in, gehen wir in die Bibel, Halleluja, gehen wir in die Bibel in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 16 und genau ab Vers 16, Halleluja, da gibt es also eine Geschichte, Vers 16, Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, also das heißt eine Magd, wie eine Sklave, eine Dienerin, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit ihren Wahrsagen. Liebe Geschwister, wenn man das also liest, man liest sie, also sie hatte einen Wahrsagegeist. Aber wenn ich also auf Wahrsage hier gehe, Wahrsagegeist, das ist nicht wirklich so, was die Bibel sagt. Wenn man auf Geschichte geht und guckt genau, was das für ein Geist ist, dann lernt man was anderes. Wenn ihr wollt, also wir können sogar, das ist der Grund, warum wir auch versucht haben, also ich nehme Elberfelder, wir versuchen gerade die BIM zu übersetzen, weil in der BIM genau dieser Vers ist richtig übersetzt. Ich gehe auf Schlachter und dann werden wir so sehen. Also ich habe so viele Bibeln da genommen, um zu vergleichen. Halleluja. Gehen wir mal rein, also Vers 16, dieser Wahrsage Geist. Gucken wir mal, wie das in all dieser Bibel überhaupt übersetzt wurde. Vers 16, ich habe also hier vier Bibeln, Luther, Elberfelder, Hoffnung für Halle und Schlachter. Also Vers 16, da steht, es geschah, also in Luther steht Wahrsage Geist, in Elberfelder Wahrsage Geist, und in Hoffnung für Alle, da steht, auf dem Weg zur Gebetstätte begegnete uns ein Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Also sie hatte einen Dämon und diese Dämon führte, dass sie Wahrsagen könnten, also die Wahrheit sagen könnte, also die Zukunft prophezieren und sowas sagen könnte. Also und hier steht Wahrsage Geist. Aber gehen wir mal in der BIM. Ich möchte euch etwas zeigen. In der BIM steht, ich möchte euch etwas zeigen, gehen wir mal, das ist Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 16, also ich bin hier in, ich hole mal Luther, Entschuldigung, ich hole mal eine Lutherbibel hier, das ist die Lutherbibel, Vers 16. Hier steht, ich mache es größer, Vers 16, Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, dass ein Markt uns begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist, wenn ich also auf Wahrsagegeist hier gehe, da steht also Pnöma, Pnöma hat also mit Geist, mit Luft, mit, also das ist Geist einfach, und hier fehlt uns so ein Begriff, ich nehme mal King James auf Englisch, also Vers 16, liebe Geschwister, schau mal, was hier steht, schau mal, was hier steht, und da sieht man, dass etwas fehlt, hier in, in der Übersetzung, hat it came to pass as we went to prayer certain them possessed with the spirit of divination, hier steht also, das ist diese Geist Wahrsagerei, hier steht also Spirit, das ist diese Pnöma, with the Spirit, Pnöma, wurde richtig, also auf Deutsch übersetzt, aber diese divination, dieser Begriff wurde nicht übersetzt, und hier, schau mal, liebe Geschwister, was steht, da steht Python, Pyton, also, das heißt, sie hatte einen Geist, einen Pyton-Geist, nicht nur Wahrsagerei, divination, es steht hier ein Pyton-Geist, liebe Geschwister, dieser Begriff, und guck mal, hier auf Griechisch, das ist es, Python, Pyton-Geist, dann, wir werden also heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, und langsam gehen, damit die Lehre Joshua-Maschia reinkommt, Halleluja, damit man also einfach versteht, worum es geht, aber manchmal lesen wir die Bibel einfach so, und wir verstehen überhaupt nicht, was wir lesen, hier steht, dass diese Sklavin, und diese Dienerin, sie hat ja so einen Geist, 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 ein Pyton-Geist, was ist, was ist überhaupt also diese Python, wir können mal, also ich tippe mal Python hier, Halleluja, ich tippe Python, also wenn ich also auf Google Python suche, dann finde ich also ein Programm, der Python auch heißt, aber dann können wir also weiter, weiter suchen, weil wir, wir suchen, also Python, also Python in, Entschuldigung, Python, was ist Python hier, für Python geeignet, ja, das ist Python in Wikipedia, genau, gucken wir mal, Python in Wikipedia, genau, Python, also wir haben Python hier, das ist also eine Schlange, bla, Python, aber, hier ist also die Beschreibung von Python, die Schlange, das wissen wir, wissen wir alle, aber ich möchte gerne, also Python, in der, äh, griechischen Mythologie, suchen wir, Python in der, griechischen Mythologie, gehen wir zurück, wieder Wikipedia, das ist die, Programmiersprache, aber es muss da, irgendwo Python, in der, griechischen Mythologie, geben, äh, wo ist das noch, wenn ich weitergehe, äh, ne, das ist also weiter, weiter, weiter Python, äh, äh, klar, Moment, ich muss das noch suchen, suchen, Python, Pythons, äh, Python, äh, Moment, wo ist das, in Wikipedia, ich gehe in Wikipedia, ah ja, genau, Python, altgriechisch, genau diese, ich gehe hier, auf Python, Python, Mythologie, genau, Python in griechischer Mythologie, hier steht der Python, altgriechisch, Python hier, genauso geschrieben, wie hier in der Bibel, haben wir das gesehen, ist eine griechische Mythologie, ein Drache, der das Orakel von Delphi bewahrte, und von Apollon, Apollon getötet wurde, also, ich gehe mal auf diese Orakel Delphi, was ist es, das Orakel von Delphi war eine Weissagungsstätte, des antiken Griechenland, daher kommt also diese, diese Übersetzung, Weissagung, sie befand sich also am Hahn, des Parmas, bei der Stadt Delphi, in der Landschaft Fokis, genau, irgendwo, das ist sogar die Karte, also das war also eine Weissagungsstätte, wenn ich also auf diese Weissagung, also Städte gehe, da steht hier, als Prophezeiung, bis heute mal, religiöse Kontexte, nennen, das nicht, genau, Weissagungsstätte, und hier steht man fest, steht man fest, dass die ganze Bibel hier, diese verschiedene Bibel hier, diesen Begriff, Python, rausgenommen haben, und dieser Geist, dieser Geist des Python, kam aus, das ist so eine Drache, in der christlichen Mythologie, und, also, es war einfach ein Dämon, und die Bibel sagt, also ich gehe mal zurück, ich nehme hier nur Schlachter, Hoffnung für alle weg, lassen wir bloß Schlachter, Bibel, und lesen wir weiter die Geschichte, Alleluja, Alleluja, Vers 16, Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte, und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Also, die Dame hatte diese, war dieser Python-Geist, deswegen haben wir das also so, auch, übersetzt, diese Python-Geist, diese Dämonen in sich, und hatte für, für diese Leute, bestimmte Weissagungen gesagt, und sie, viel Geld geschafft, also verschafft. Und hier steht also Vers 17, Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Also, die Dame hatte die Wahrheit gesagt. Sie sagte die Wahrheit über diese Diener, über Paulus und, 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 und die Jünger. Und, Lukas, weil dieser Brief wurde, Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben, der sagt hier, sie folgte uns nach, Paulus und uns nach. Wow. Und sagte, die sind, das sind Diener des Herrn. Sie sagte die Wahrheit. Sie sagte die Wahrheit. Obwohl die Bibel also hier sagt, dass die Dame von einem Dämon, das Weissagung, ein Drache, ein Python, Geist, besessen war. Und Vers 18. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselbe Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Die Geschichte geht weiter, dass sie ins Gefängnis gebracht wurden. Also, liebe Geschwister, meine Geschwisterin, im Herrn Joshua Mashiach. Hier sieht man also eine Dame, die Weiss sagen könnte. Die die Zukunft sagen könnte. Sie hatte die Fähigkeit, bestimmte Sachen über die Menschen zu erzählen. Und es war wahr. Aber sie war von einem Dämonen besessen. Besessen von einem Dämonen. Wie funktionieren überhaupt diese sogenannten Propheten-Falschen-Lehre? Weil die Bibel uns sagt, die Bibel sagt also, dass in Matthäus Kapitel 7, in Matthäus 7, gehen wir, lesen wir das, Joshua Mashiach. Matthäus 7, Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, falsche Propheten, die in Schafskleiden zu euch kommen, in wenig, in wenig, in wendig, aber reizende Wölfe sind. Also, die kommen in Schafskleiden zu uns, diese falschen Propheten. Wie funktioniert ein falscher Prophet? Lieber Geschwister, ich möchte euch bitten, öffnet die Ohren. Öffnet die Ohren auf von eurem Herzen, wie die Augen und so. Bitte, hör mich zu. Ein falscher Prophet, wenn er zu dir kommt, er wird sich nicht also direkt als falsch geoffenbart. er bringt die erst mal, er sagt erst mal die Wahrheit. Weißt du was? Der Herr sagt das und das. In deinem Leben hast du das und das. Deine Kinder sind so und so. Und dann bist du auch, ja, aber das stimmt, das stimmt, wow, wow. Aber der Typ ist falsch. Besessen von einem Dämonen. Weil manchmal, wenn wir zum Beispiel sagen, der da ist also ein falscher Prophet, der da ist falscher Prophet, das stimmt nicht, also was der Typ sagt. Aber die Leute sagen, hey, hallo, Moment, vor ein paar Monaten hat er gesagt, dass es sowas und sowas in meinem Leben gibt. Die können sogar bestimmte Träume haben. Der kommt und sagt, hey, ich habe das geträumt, obwohl das also eine Lüge ist. Ich sage, der Herr hat mir das gesagt. Er erzählt also irgendeinen Traum. Und dann bist du, wow, das stimmt. Und es stimmt wirklich. Genauso wie diese, wie diese Dienerin da, von diesem Mensch, von diesen Leuten, diese Wahrsagerer, das Wahrsagerin. Sie sagte, die Wahrheit, ja, das sind Kinder des Herrn. Aber warum hat sich Paulus gedreht und dieser böse Geist ausgetrieben? Er wusste ganz klar, okay, wir sind gerein in dieser Stadt, aber wir werden nicht für immer in dieser Stadt bleiben. Wenn diese Dame die Menschen hier zeigt, also, dass wir zusammen sind, sobald wir die Stadt verlassen, wird diese falsche Prophetin die Menschen auf ihre Seite bringen, zu sich ziehen. Und alle werden sowieso sagen, ja, aber sie hatte die Wahrheit gesagt. Und wenn man, und sobald man, sobald die Menschen auf ihrer Seite sind, dann fängt die Kontrolle an. Dann fängt sie an, also die Menschen, die Leute zu kontrollieren. Weißt du was? Deine Mutter ist eine Hexe. Dein Mann übt Hexerei, ist böse. Weißt du was? Weißt du was? Deine Freunde da sind so und so und so und dann plötzlich fühlst du dich nicht mehr frei. Angst vor den Leuten, Angst vor das. Kämpf die ganze Zeit gegen böse Geister. Glaub, dass alle Menschen um sich, also böse sind, wollen dich also was antun. und glaub, du glaubst nur an diese Person. Bist du nur sein Freund. Alle sind sowieso böse. Er sagt sowieso die Wahrheit. Er ist der Beste. Oder sie ist die Beste. Falscher Prophet. Dieser Geist zerstört Familien. Zerstört Gemeinden. Pastor, der Herr sagt, dass dein Sohn so und so ist. und dann fängt der Vater, verliert der Vater die Liebe zu seinem Sohn. Herr, Hilfe. Dieser Python-Geist offenbart sich also als Prophet des Herrn. Komm, und zerstört Familien. Dein Mann ist so. Dein Mann, der Herr hat gesagt. Der Herr hat gesagt. Hütet euch vor Menschen, die die ganze Zeit sagen, der Herr hat gesagt. Der Herr hat gesagt. Der Python-Geist kommt in unser Leben. und bringt die Leute gegenseitig. Der Python-Geist nimmt die Liebe weg von unser Herzen. Der Python-Geist bringt die Menschen unter eine gewisse Kontrolle. Kontrolliert viele Gemeinden, Kontrolliert viele Geschwister. in der Gegenwart von diesen Menschen, die diese Python-Geist haben, hat man Angst. Fühlt man sich so niedrig, so klein. Fühlt man sich so, ach, nee. Der Python-Geist zerstört viele Leben. diese Dame sagte die Wahrheit. Aber sie war besessen. Das war ein Dämon. Das war ein Dämon. Es war ein Dämon. Darum ist es wichtig, wichtig zurück zum Wort zu kommen. Wir dürfen keine Angst haben zu prüfen. Die Bibel sagt in 1. Johannes Halleluja. Oh, liebe Geschwister. Ja, die Bibel sagt uns ganz klar in 1. Johannes also, dass wir alle, alle Geister, alle Geisten prüfen müssen. Ja, wir müssen alle Geisten prüfen. Ist das so? Oh, meine Gitte, Joshua Maschia. Joshua Maschia. Glaubt nicht also alle Geisten. Glaubt nicht alle Geisten. Das ist es. Das ist, was die Bibel uns sagt. Wir dürfen nicht also alle Geisten glauben. Wo ist dieser Vers? 1. Johannes Kapitel 4. Ich suche. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Viele. viele. Wir müssen sie prüfen. Wir haben das Recht. Wenn jemand kommt und sagt, ja, der Herr sagt, der Herr sagt mir, dann sagst du, okay, egal wer du bist, ich habe das Recht zu prüfen, was du sagst. Ich werde nicht unbedingt das jetzt annehmen, ich habe das Recht zu prüfen. Und liebe Geschwister, diese Weissagung, diese Prophezeiung, wir müssen prüfen, also prüfen, das Leben von diesen Menschen, die Menschen, die überhaupt prophezeiten, wie kann es sein, dass Leute in der Lüge leben, ihre Familien nicht unter Kontrolle bringen, ihr Leben, ihr eigenes Leben nicht mal richtig führen und sind die ganze Zeit da, irgendwelche Prophezeiung, Weissagung zu geben. Die Bibel sagt, wir sollen diese Menschen prüfen, wie sollen die Menschen, wenn eine Prophezeiung oder eine Weissagung rauskommt, aus irgendwelchen Personen, du hast das Recht, diese Person erst mal zu gucken, zu prüfen, zu schauen, ist lebt diese Person überhaupt für den Herrn, bevor ich das annehme. Die Bibel sagt uns das. Guckt mal, guckt mal, also, wir hatten den Vers vorher, Matthäus, Matthäus Kapitel 7, ja, Matthäus Kapitel 7, alles, was ich euch sage, ihr könnt selber prüfen, das ist das Wort des Herrn, das ist das Wort des Herrn, Vers 15, Matthäus 7, Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in scharf kleidend zu euch kommen, in wenig, in wenig aber reizende Wölfe sind, versägt sind, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. wir werden diese Menschen an ihre Früchte erkennen, welche Früchte, welche Früchte, bevor du hier kommst und sagst, der Herr hat mir gesagt, welche Früchte sind überhaupt in deinem Leben, bevor ich das also annehme, welche, gib mir die Zeit, also die Früchte in deinem Leben zu sehen, bevor ich daran glaube. Sind diese Weissagungen überhaupt überhandelt mit dem Wort des Herrn und sogar wenn es also die Wahrheit ist, ich will trotzdem wissen, es kommt von dieser Person, wer ist die Person, wer bist du, welches Leben hast du, wie lebst du, wie prüft man also solche Leute, wie prüft man überhaupt, was sind die Früchte, die Früchte, die Früchte, Galata, ja, ist so, es ist so, liebe Geschwister, manchmal, wir müssen einfach das Wort nehmen, weil wir, wir nehmen nicht das Wort, wir nehmen, wir nehmen einfach nicht, wir, wir, wir glauben die Menschen einfach so, ja, aber, aber das Wort, also, Vers 22, Galata, Kapitel 5, Vers 22, mach's noch größer, Vers 22, ach, Leluja, Joshua, Maschia, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, wenn du nicht freundlich bist, weil diese sogenannte Propheten, diese sogenannte Leute, die Weiß sagen, guck mal ihre Mine, sind immer wie Leute, die im Geist oder die die richten irgendwas, die die wollen also so fromm von Leuten sein, man hat das Gefühl, also in ihrer Gegenwart ist also so irgendwelche Leuchte, irgendwelche Licht oder keine Ahnung, sogenannte Salbung, sind sie freundlich? Die Bibel sagt, Güte, treu, sind diese Leute überhaupt treu, Sanftmut, ist die eine gewisse Sanftmut in ihrem Leben? Selbstbeherrschung können sie sich also beherrschen? Du kannst dich nicht beherrschen, keine Treue, kein Sanftmut, keine Freundlichkeit und dann kommst du und sagst, der Herr hat gesagt, der Herr hat gesagt, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaft und Lüsten. Also, das sind die Früchte des Geistes. Ja, man kann das also anders sehen, ja, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht perfekt, ja, aber wenn ich solche Früchte in deinem Leben nicht sehe, komm bitte nicht zu mir und sag, der Herr hat gesagt, vergiss es. ja, vielleicht ist es zu hart zu verlangen, dass jemand erstmal perfekt sein wird und und um was zu sagen, nein, aber mir reicht das, mir reicht das, dass die Leute, die nicht mal ihr Leben mit dem Herrn führen können und versuchen, andere zu kontrollieren durch ihre sogenannte Weissagung. Was soll denn das? Was soll denn das? Ja, viele falsche Lehre, viele falsche Propheten sind gekommen. Ja, das ist so. Die können, die haben also keinen Sanfmut, gar nicht. Schriemano, die können nicht mal ihre Familie selber also richtig führen, keine Liebe, die Kinder, sogar die Kinder, die Kinder können nicht mal bezeugen, dass der Vater oder dass die Mutter wirklich an Joshua glaubt. Die Kollegen in der Arbeit können nicht mal bezeugen, dass du immer in der Gemeinde, in der Versammlung irgendwelche Prophezie oder Weissagungen gibt und 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 und, die eigenen Kollegen können nicht mal bezeugen, dass du ein Christ bist und dann kommst du in die Gemeinde und spielst also der super Christ der Python Geist ja jetzt also früher war das also für mich irgendwie so schwer zu glauben Herr wie kann es sein die Menschen lesen 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 wir lesen wir ich zeige euch mit dem Wort des Herrn es geht nicht um Bruder William versucht die Leute seine eigene Meinung zu geben nein nein das Wort Matthäus 7 wieder Matthäus 7 wieder wir waren also in Vers 17 also Vers 16 haben wir schon gelesen 17 so bringt jeder gute Baum gute Früchte der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen es geht nicht jeder Baum der keine gute Frucht bringt wird abgehauen und ins Feuer geworfen darum und er sagt das nochmal sagt das nochmal Vers 20 darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen jemand der die Wahrheit liebt will man diese Person an seine Früchte erkennen ja wenn du die Wahrheit liebst dann kommst du ans Licht halleluja halleluja warte mal warte mal ich gehe mal schnell diese Verse also in Johannes Kapitel 3 Johannes Kapitel 3 wir sagen immer Vers 16 Kapitel 3 der hat uns so geliebt denn so sehr hat Gott die Welt geliebt aber ich will nicht Kapitel Vers 16 lesen Vers 17 Vers 17 ne ähm genau 18 wer an ihn glaubt wird nicht gerichtet wer aber nicht glaubt der ist schon gerichtet weil er nicht an den Namen des eingeborenen sohnes gottes geglaubt hat vers 19 darin aber besteht das gericht dass das licht in die welt gekommen ist und die menschen liebten die finstern nicht mehr als das licht denn ihre werke liebe geschwister die werke die früchte waren böse diese werke diese früchte sind nicht es geht nicht um ja weissagung die gabe diese sogenannte sogenannte gabe des heiligen geist die salbung wie viele christen du betest für jemanden und die person fällt oder die person schreit dämonen austreiben und dann fühlt man sich mit so viel kraft kräftig und mächtig nein die bibel sagt hier in vers 20 denn jeder der böses tut hast das licht und kommt nicht zum licht damit seine werke nicht aufgedeckt werden weil wenn du die wahrheit lebst wenn du die wahrheit lebst wenn du jemand der gute früchte bringt die die wie sagt man das wenn du das leben der wahrheit lebt die menschen können das bezeugen deine kinder können bezeugen deine frau dein mann deine umgebung die leute um dich können bezeugen das ist ein kind des herrn nicht nur in der gemeinde weil in der gemeinde da wo in der versammlung treffen sich die leute fangen an weiss sagen prophezie der herr sagt dort spielen die leute werden die leute so mächtig die spielen also sie zeigen ihre macht ich kenne so viele verse ich kenne das und das und das aber leben im finsternis böse sind sie haben geheime sünde wollen nicht ans licht kommen weil die bibel sagt in johannes kapitel 3 vers 21 wer aber die wahrheit tut der kommt zum licht damit seine werke offenbar werden dass sie in gott getan sind ja die früchte der heilige geiste sind werke sind früchte die vom heiligen geist kommen weil sie in gott getan wurden halleluja halleluja und nicht nur da kommen und und versuchen in der gemeinde der mächtigste und so und so nein das wollen wir nicht mehr das wollen wir nicht mehr wir wollen die wahrheit wir wollen menschen die in der wahrheit leben darum predigen wir die wahrheit wer die wahrheit von joshua maschia erfährt der wird befreit halleluja halleluja weiter in matthäus kapitel 7 vers matthäus kapitel 7 hei 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 liebe geschwister es ist unglaublich ach und vers 20 matthäus 7 vers 20 darum werdet ihr sie an ihren fürchter erkennen und wir waren schon bei also vers 21 also vers 21 nimm ihre güter bitte 22 23 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 32 33 37 37 36 37 38 Weissagung gegeben und die waren richtig. Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Wow, das alles haben sie getan. Das alles, aber Jesus sagt, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Genauso wie dieser Python-Geist, diese Magd, diese Dienerin da. Sie sagte die Wahrheit. Sie hätte bloß dazu gesagt, ich sage im Namen des Herrn, dass diese Menschen, Kinder des Herrn, Kinder so und so und so und so. Und die Leute hätten gesagt, wow, sie hat gerade im Namen des Herrn weiß gesagt. Wow, das war eine Weissagung. Aber sie war eine Wahrsagerin, besessen von einem Python-Geist. Und sie hätte bestimmt auch die Gemeinde geführt. und alle hätten Auge voll. Python-Geist Darum sagt Joshua Maschia, weiche weg von mir, ich habe dich nie gekannt. Weil die ganzen Aktivitäten, die ganzen Sachen im Namen des Herrn ja getan wurden, aber ohne Beziehung mit dem Herrn, ohne Gemeinschaft mit dem Herrn. Die können stundenlang beten, aber sind von diesem Geist besessen. Deswegen hat sie sich also Paulus gedreht und diese Dämonen ausgetrieben. Sag der Weiche weg von mir, raus aus ihrem Leben. Die Früchte, die Früchte, die Früchte. Ich sage nicht, dass in der Gemeinde keine Propheten, kein, also, das Wort sagt das, dass es sowas geben wird. Wir sehen also in der Bibel, also im alten Bund gab es also Propheten. Die haben Propheten gegeben. Weil ein Prophet ist jemand, der im Namen des Herrn spricht. Ein Prophet ist, Prophet, also auf Hebräisch heißt Nabi. Der, der spricht, der, der von, der, der spricht durch Gottes Inspiration. Das ist die Bedeutung also von von Propheten. Auf Griechisch also Prophet, es ist einfach Prophetia, also der, der die Orakel, diese Orakel liest und weitergibt. Der, der durch Inspiration, durch Gottes Inspiration, das Wort weitergibt. Ja, das ist es. In der Bibel sehen wir also gewisse Arten von, 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 von Propheten. Ein Prophet ist jemand, also, der ist, er spricht durch die Inspiration des Herrn, bekündet Sachen, Orakel, Sachen, die, 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 die kommen, was der Herr vorhat. Halleluja! In der Gemeinde Joshua Maschia, in der ersten Gemeinde gab es Propheten. Es gab Propheten. Und Paulus sagt sogar, dass wir in der Gemeinde, er sagt, wir sollen sogar mehr diese Gabe suchen, nach dieser Gabe trachten. Ach, Geschwister, in Epheser, guck mal, Epheser Kapitel 4, ah, Epheser Kapitel 4, ah, bin schon ein bisschen zu weg, Epheser Kapitel 4, Vers 11, Epheser Kapitel 4, Vers 11, sagt, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und wofür sind die Propheten in der Gemeinde da? Zur Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Diensten, für die Erbauung des Leibes des Christus. Ja, es gibt Propheten in der Gemeinde, es gibt Leute, die wirklich diese Gabe bekommen haben, aber ein Prophet ist also jemand, der auch in der Lage ist, das Wort zu lehren, das Wort weiter zu geben und wofür? Für die Höchstung der Heiligen, für das Werk des Diensten, für die Erbauung des Leibes Christus. Damit wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. In 1. Korinther Kapitel 14, ganze Kapitel 14, wird viel von allen diesen Gaben, von vielen Gaben erklärt und die Bibel sagt ganz klar dort, dass wir die Gabe der Prophezie können das mal lesen, ich glaube das ist in Vers 1, oder? Korinther Kapitel 14, spricht also mehr, viel über die genau Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geist Wirkungen am meisten, lieber Geschwister, am meisten aber, dass ihr weiß sagt, ja, es ist gesagt, am meisten aber, dass ihr weiß sagt, er sagt uns also, wie sollen mehr diese Gabe, diese Gabe der Prophezie in Vers 1, also hier, Kapitel, also 1. Korinther Kapitel 14, ja, am meisten, und es gibt, wie sollen das so verstehen, es gibt Menschen, die die Gabe bekommen haben, es gibt die, die wirklich also Propheten und diese Propheten haben also gewissen Auftrag, die haben also einen Auftrag, das ist also erste Art also von Propheten, ein bestimmter Auftrag, Gemeinde zu erbauen, Gemeinde zu leiten, Gemeinde zu führen, so, es gibt diese Art von Propheten, die zweite Art von Propheten, sind die Menschen, die Menschen, die, wo die Gabe sich einfach, wo die Gabe wirkt, durch den Heiligen Geist, wie der Heilige Geist es will, Menschen in der Gemeinde, die haben die Gabe bekommen, aber nicht unbedingt diesen Auftrag, die Gemeinde zu führen, nein, die haben die Gabe, diese Gabe kann sich ab und zu mal, wie sagt man das, kann einfach wirken, ja, aber die dritte Art, also von Weissagung sind alle Christen, wir sind alle, alle, die den Geist des Herrn bekommen haben, sind potenzielle Propheten, Joshua Maschia, ich will hier beenden, ich will hier aufhören, Herr, danke, dass du die Gemeinde befreit, danke Joshua Maschia, ich preise deinen Namen, danke für die Befreiung, wie werden also solche Lehre, weil heute habe ich das also auf die Schnelle so gegeben, wir werden weiter Bibellehre, Bibelstudium machen, mit Leuten, die das also wirklich wollen, mit Leuten, die wirklich Joshua Maschia folgen wollen und alles, was wir da geben, es geht nicht darum, also dass die Menschen zu uns kommen, die Menschen uns folgen, die Menschen mit uns bleiben, nein, wir wollen, dass wir alle, alle, unser Herrn, unser Meister, unser Joshua Maschia folgen, Halleluja, Joshua, ich preise deinen Namen, danke, für alles, was du tust, ich habe euch also heute von diesem Python-Geist mal erklärt und auch erzählt, also dass Prophezeiung, Weissagung auch nochmal in der Gemeinde ist, aber, lieber Geschwister, prüft alle Geisten, prüft und schaut die Früchte, lassen wir uns nicht kontrollieren, lassen wir uns nicht unter dem Joch von irgendwelchen Menschen, Gemeinden oder sobald du siehst, also dass ein Mensch oder eine Gemeinde versucht, dein Leben, deine Familie, in deine Familie anzuwirken, pass auf, deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Jeshua Mashiach. Amen.